Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarktwerbung und Angebote Deutschland. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. 600 Gramm meine Metzgerei-Hahnchen unter Keulen, 2,49 Euro. 1 Kilogramm Hahnchenbrustfilets, 7,79 Euro. 500 Gramm Fähr- und gut Suppenfleisch, 4,99 Euro. 400 Gramm BBQ-Nackensteaks mariniert, 3,99 Euro. 300 Gramm norwegisches Lachsfilet, 4,99 Euro. 250 Gramm der Großebauer Fruchtjoghurt, 4,40 Cent. 100 Gramm Hertha Finesse, 1,29 Euro. 200 Gramm Nescafe Gold Kaffee, 6,99 Euro. 750 Gramm Nutella, 3,29 Euro. Knoppersnussriegel, 1,49 Euro. Osterfantasie-Gefüllte Eier, 1,70 Euro. 200 Gramm gefüllte Vollmich-Schokoladeneier, 1,50 Euro. Osterfantasie-Doppeltgefüllte Eier, 1,49 Euro. 150 Gramm Medaillon Sitzhase, 1,49 Euro. 200 Gramm Edel-Vollmich-Eier, 1,45 Euro. 125 Gramm Knusper-Eier, 1,25 Euro. 225 Gramm Osterfantasie-Fondant Osterfiguren, 99 Cent. 100 Gramm Choco-Freunde, 89 Cent. 100 Gramm Edel-Marzipan-Pasteten-Ei, 79 Cent. Osterfantasie-Nougat-Kreationen, 1,59 Euro. 150 Gramm Mini-Osterhaschen, 1,69 Euro. 250 Gramm Waffel-Eier, 1,33 Euro. 180 Gramm gefüllte weiße M&E-Eier, 1,29 Euro. 200 Gramm Frühlingsgelee, 69 Cent. Osterfantasie-Schoko-Eier-Ala-Pudding, 1,39 Euro. Osterfantasie-gefüllte Eier, 1,39 Euro. Blumenzwiebeln, 1,99 Euro. Frühlingstrio, 1,79 Euro. Primal gefüllt, 1,79 Euro. Stegenprimel, 1,29 Euro. Ewenstrauß, 19,99 Euro. Premiumstrauß, 7,99 Euro. 6er-Pack Erdbeerpflanzen, 3,49 Euro. Ein Stück Erdbeerärmpel, 3,99 Euro. 10er-Tray-Bet-Pflanzen, Frühlingsmix, 1,99 Euro. Wunterfrühling, 3,29 Euro. Casalux, 3 in 1 Tischlampe, 17,99 Euro. Milka-Ostermischung, 3,29 Euro. 500 Gramm Haribo-Fest im Nest, 2,99 Euro. Osterfantasie-Ostermischbeutel, 2,19 Euro. Windell-Ostergeschenke mit Schokolade, 3,99 Euro. 500 Gramm Köln-Haferflocken, 99 Cent. Dr. Oetker-Kirsch-Grütze oder Sahne-Pudding, 1,99 Euro. 1 Liter Arla frische Bio-Weidemilch, 1,29 Euro. Warenmarke H-Milch, 99 Cent. 380 Gramm vegane Kohlgerichte, 2,29 Euro. 200 Gramm Wiesbauer-Aufschnitt, 1,99 Euro. 40 Gramm Mesmer-Wohlfühltee, 1,59 Euro. Geroldsteiner Limo oder leichte Limo, 99 Cent. Appellzarte Filets, 1,11 Euro. 400 und 500 Gramm Goldahren volles Korn, 1,49 Euro. 400 Gramm Goldahren-High-Protein-Dinkelvollkornbrot, 1,99 Euro. Ein Pack Bio-Meersalz, 1,99 Euro. 550 Gramm Gut-Bio-Sauerkraut, 1,49 Euro. 75 Gramm Bio-Knusperriegel, 1,99 Euro. 100 Gramm Bio-Raucherlachs, 3,99 Euro. 500 Gramm Bio-Vollkorn-Haferflocken, 85 Cent. 340 Gramm Bio-Honig, 2,99 Euro. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.